Ein großer Traum. Es war das erste Mal in der Deutschen Oper und das erste Mal fand ich es großartig. Ganz, ganz fantastisch. Alle Darsteller waren gut, die Sänger, die Darsteller. Der Artist, der da hochflog, eine hübsche Idee. Sehr schön. Ich finde die Inszenierung sehr interessant. Das ist wirklich wie mein eingebildeter Sommernachtstraum. Wir lieben ja Briten, ja. Die Musik hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es teilweise doch turbulent war. Bühnenbild, Kostüm, Gesang, Stück an sich. Super Ironie. Shakespeare noch überhöhter. Toll. Mir hat es super gut gefallen. Schöne Bilder, witzig, gute Stimmen. Die ganze Bühne-Design war wirklich schön. Wahnsinn. Die Szene war sehr verabschiedet. Es war eine andere Interpretation zu anderen Midsummer Night Streams, die ich gesehen habe. Wir lieben es wirklich. War es ein Traum? Ja, kann man schon sagen. Zum Ende vor allem fanden wir es schön, dass es nochmal verabschiedet wurde in die Nacht hinein, das Publikum. Bis ins Detail hinein war das vollendet, gestaltet das Ganze. Dramatischen Musik Untertitelung des ZDF, 2020